Ja, da sind wir auch schon live ein bisschen Panzer fahren. Du, ich hab einen Tag Premium heute gekriegt. Äh, der, 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 ich glaube das ist irgend so ein extra gewesen. Weiß ich nicht, aber ich hab Premium. So coolisch. Welche Stufen fahren wir denn, dass ich den Filter einstellen kann? 1 bis 9. 1 bis 9? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah gut, sagen wir mal 3 bis 9. Ein, oh Gott, ey, WOT und das Streaming-Ding, ne? 1 bis 9? 3 bis 9. 3 bis 9, dann klicke ich die mir alle an. Hup, 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 hup. Gott. Hab ich ja nur 11 Panzer rausgenommen aus meiner Liste. Komm, nochmal. Aber mit 5 fangen wir an. Ich frag mich nur, mit welchem ich anfangen soll. Gerade. Ja. Ne, ich hab ja nur aber nur einen 5er. Ich hab mehrere. Ach ne, ich hab 2, aber den hab ich schon fertig. Ach, fahren wir den Pisspanzer hier. Ist beim Tech Tree noch irgendwas? Ne. Ein, gar nichts. 14 KEP auf den 6er. Ja, den wollte ich dann auch fahren. Oh Gott. Ich hab nämlich auch keinen anderen 5er mehr, nur noch die KV1. Das ist so ein Gammelpanzer, ne? Nein. Ich mag den voll. Ah, Weide Park und so ist wieder drin, ne? Bitte? Weide Park gibt's wieder. Ja, ich weiß. Ist das schon drin? Ja. Warte, ich weiß. Oh, Gletscher 7er Lobby. Ich weiß, wo ich mich hinstelle und dann ist gut. Meinst du, wir sind schneller als der AMX 12-Tonner? Äh, nein. Da hoch fahr ich nicht. Das kannst du vergessen. Ich fahr links und stelle mich links irgendwo in den Busch mit dem kleinen Teil hier. Warum nicht, ne? War noch einfacher. immer noch besser. Von da hinten ein bisschen aufzuklären. Anstatt einfach nur in der Mitte blöd sterben zu gehen. Da die halt einen 6er leicht mehr haben als wir. Aber er war auch schon mal schneller. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass er mal schneller war. was, hast du dir jetzt echt den gleichen Busch ausgesehen wie ich? oder was? Ich schubsen, Oli. Werde? Ich schubsen. Wollte ich ja gar nicht, aber du bist auf einmal hinterm Baum vorgekommen. nicht von oben aufgeklärt. Der A43 hat uns auf jeden Fall gesehen. Noch nicht? Ich konnte noch gerade anvisieren. Ich denke an, wir stehen da Bäumen. Die geben ja auch Deckung, soweit ich weiß. Ja, aber nicht so viel wie halt ein Busch, ne? Lass uns mal, lass uns mal hinten rumfahren und dann von hinten hoch bis hoch. Problem ist, gegen die haben wir halt keine Schnitte, ne? Die Bomben und so weg. Du hast die kleine Kanone drauf, oder? Sechser. Mit 200 Damage oder ohne? Die höchste. Ja, gut. Die zwölf Sekunden nachladet, set. Ne, lass uns einfach durchfahren. Ne, fünf Leute sind schon tot. GG. M4 ist schon. Ich bin offen. Du auch. Am STHV abgewehrt. Oh! Ja, die schießen von da drüben. Ich schieß ein Schaf. Ne. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Oh, lulu. Au! Ja, weißt du, fährst du die ganze Zeit neben mir her. Du kriegst nicht einen Treffer ab. Ich krieg bam, bam, bam. Du machst das Spiel noch Spaß. War ja schon fast last like. Der T25, nein. Mann. Hm, 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 hm. Hm. Pff, der Pier. Das trifft ich überhaupt nicht. Nö. Das Problem ist, ich treffe auch nicht. Die Kanone ist definitiv... Oh, danke Jagdpanther. Die Kanone ist definitiv für Nahkampf ausgelegt. Nicht für den Fernkampf. Ja, der Panzer E-25 steht hier wahrscheinlich hinten irgendwo. Die Lafette wird nach hinten durchgefahren sein. Als ob die sich jetzt noch Mühe geben, dich zu suchen. Das ist, als ob die sich jetzt noch Mühe geben müssen, weißt du? Ja. Wow. Wow. Lafette schießt nämlich auch schon auf mich. Da in der Mitte steht der T-34. Der Panzer ist scheiße. Ich mach den nicht. Aber ich muss da durch, wenn ich auf die nächsten will. Ja, der 12-Töner ist dann ein bisschen besser. Er hat dann wenigstens einen Autolader. So, Sechser. Ja, dann wähl mal aus. Eh, eh, eh. Oh Gott. Ümöle. Lafette. Ah, Nacken-Flaffette. Ha, ha, ha. Und Stadtkarte. Oh, yes, bitte. Werd ich mit dir. Ja, würd ich voll nicht Nein zu sagen mit dem KV-2. Oh Gott, Pokafka. Ne, die Karte ist kacke mit dem KV-2. Ja, heute gibt's mal wieder W.O.T. Dann guckt Krazy auch mal wieder rein. Puff. Ach, da Lobby, ja. Yes. Nicht aufklären, nicht aufklären. Kraken bleiben. Schön. Oh. Hä? Ich hab den Achter verfehlt. Darf ich wieder 30 Sekunden warten? Ja, das ist halt Lafette, ne? Oh, der T-29 sieht aber lecker aus. Oh, der LTG. 8, 7, 6, 5... Vielleicht irgendwann mal wieder, aber heute nicht. Meinst du das? God damn it! Wie meinst du das crazy? Keine Ahnung. Willst du mich verarschen? Ach, voll daneben. Die Lafette hat mich grad erwischt. Die bin ich offen. Schießt die gegen, ja. Du musst nicht unbedingt offen sein, dass du ins Ziel genommen wirst. Kann auch sein, dass die Lafette gegen schießt. Was laberst du? Man sieht immerhin noch deine Schussspur, Oliver. Man kann eine Lafette tracken, indem man einfach nur darauf achtet, wo der Schuss herkommt. Vielleicht spiel ich mal wieder mit. Oh. Oh, for fuck's sake. Ja, KV, ey. Ich bewege mich jetzt zwischen den Schüssen von Busch zu Busch. Solltest du immer. Solltest du mit der Lafette immer, Oliver. Was passiert sonst so selten? Ja, aber umso höher du mit der Lafette kommst, umso wahrscheinlicher ist es. Es ist halt das Problem. In den Low-Leveln passiert es nicht. Und ab sechs fangen sie dann gerne mal an, gegen zu schießen. Oh, so knapp daneben. Kann doch nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ah, T29. Oh, bleib doch da stehen. Krieg nichts gebatten. Oh, T29. Komm zurück. Ah, wieder in den Boden. Gott, verfickt noch eins. Ja, dann aim. Oh Gott, die Hummel und die aim, ey. Wir brauchen bald Hilfe hier unten. Ja. Ich bin da. Ich bin da, bin da. Da gegen den Fünfer und, äh, gegen den Achter und die... Ach ja, bis gleich, Crazy. Ja, bis zu nachher. Der STFV klärt hoffentlich da hinten. Wir nehmen auf. Und mit meiner Fahr einfach auf die andere Seite am besten. Kann halt mit dem KV-2 auch nicht so viel machen. Ich in die Mitte fahre, bin hier einfach nur Post. Auf dem Hügel. Ich habe 257 Unterstützungsschaden im ganzen Spiel gemacht. Ich glaube, ich bin ein größer Post als du. Ey, ich habe 17 Unterstützungsschaden gemacht. Ja, okay. Und überhaupt nichts anderes, weil ich überhaupt nichts getroffen habe. Weil es immer noch ein Nahkampf... Weil es immer noch ein Nahkampfpanzer ist, ne? Und da, das war echt eine schlechte Idee von dir. Oh, Backe. Das war der Suizidlauf des Tages. Der STFV kriegt auch nichts auf, weil die da hinten alle in den Büschel stehen. Habe keine Ahnung, wo hier irgendwas ist. Ich sehe nichts. Ist auch nichts offen. Au, ey. Don't shoot at him yet. Oh, please. Hit. Yes. Ich habe getroffen. Das ist ein Erfolg. Ich habe getroffen. Wille war das Ziel des Tages, wenn der Hummel es erreicht hat. Er hat einen Gegner getroffen. Der T29. Und ich ist ja noch offen, wenn... In 11 Sekunden. Nee. 9... 2-3 Sekunden, bevor du... Bevor... Oh, fuck. Nachgeladen ist, er weg. 40 TP. Daneben. Fuckin. Fuck. Genau. War klar. Jetzt ist der T29 natürlich wieder offen. Jetzt hast du auf den TP geschossen, ja? Natürlich habe ich auf den TP geschossen. Ich habe noch keine Geduld. 5... 4... 3... Und weg. Nice. Volltreffer. Boom. Wenn das so weitergeht, wird das nun entschieden. Entschuldigung, die flöten jetzt alle, hör mal. Müssen nur offen sein, dann kriege ich sie. Was ist denn für ein Armix? Der im Gegnerteam, der Armix, CDA. So. Hast du den KV? 94% Medium, ne? TigerP. Mit Scheißen drin. Ah, TigerP kommt nächste Stufe dran. Nächstes Spiel. Ja. TigerP ist nächste Stufe. Der TVP guckt, dass er, äh, der T-34 guckt, dass da hinten nichts hochkommt. Was hier hinten... ...auf, falls der STF-Forward aufmacht. Da, Typ 95. Na, da komm ich nicht drauf. Ja, und... Ich komm nicht mehr in den Zielmodus. Wait, what? Ach, Shift war's. Ah, shit, jetzt ist er wieder weg. So, ne? Ich hab die ganze Zeit auf Caps Lock gedrückt. Wieso geht denn das nicht? Oder was? Ich fahr mal in die Mitte. Bringt ja nichts, hier hinten rumzustehen. Ach, das bringt was. Kann ich wenigstens noch hoffen. Ich hoffe ja, dass hinten auf dem Hügel nichts mehr steht, weil da der T-34 ja schon die ganze Zeit gammelt, ne? Da hinten. Da kommt der T-49. Äh, T-49. T-49, Mann. T-59, Mann. Ja. Ja, Mann. Ich muss erst mal um den scheiß Hügel rum. Das ist jetzt Kacke gewesen. Jetzt zieht der T-34 sich natürlich zurück. Er wird ja auch beschossen. Nehme ich einfach mal an. Ich hab ja noch einen neuen Schuss, Mann. Reicht. Ja, ich bin nämlich schon wieder offen. Fuck. So knapp. Jetzt kommt da hinten natürlich der Amix in die Ecke. Ah. Woher hinter dir? Ja. Was kann ich machen? Gar nichts. Hellcat gibt mir keine Rückendeckung. Fuck you. Oh mein Gott, ich will da drauf schießen. Aber ich komme nicht so schnell hin. Ich wollte mir den Wichser holen. Ja, danke, du hast mir die Kette zerschossen. Den hat mir natürlich einer kurz vorher geklaut. Also hat sie überhaupt nichts gebracht, die Kugel zu wasten. Ich hab ja nichts gesehen mehr, ne? Der Hellcat wird jetzt gleich auseinandergenommen. Ich glaub doch, wie schnell der Hellcat ist. Nicht sehr schnell, aber der Amix steht nämlich noch da hinten. Sagen. Ähm, kritischer Treffer. Hast du die Kette zerwichst, ja? Weiß ich nicht. Irgendwas hab ich gerade getroffen. Wir hätten. Ja. Kann ich jetzt nicht streamen machen. Nee, aber der T-34 kannst du ja auch mal bewegen. Fuck. Vergiss es, ich gehe in A-Kampf. Das war zu voll. Weil der T-34 hätte sich mit dem T-59 locker auseinandersetzen können. Na, Kampflafetta, fick dich weg. Ja, eh nur noch zu dritt. Ja, und von hinten kommt der Typ. Und Schuss. Herzlichen Dank. Anfielen. Beieee. Nicht zu lange warten. Er hat einmal geschossen, ich war tot. Ist überhaupt nicht geschossen. Er hat einmal geschossen, ich war tot. Ja, der macht ja auch 200 Schaden. Ich hab 300 Leben. Du hattest da auch schon nur noch 149. Schön, ja. Siehst du, hab ich ganz vergessen. Bis kommt. Yes. TKP. TKP? Wo denn? TKP. Wo ist er? Nein, auch noch. Wo ist er? Nein, auch noch. Du musst wissen, wo dein TKP liegt. Oh, Kackenbacken. Das ist... Ah, ich muss mich strecken. Da, jetzt spielen wir TKP. Aber alle beide. Ja. Brauch noch was. 50 KIP oder so. Dann habe ich den... ...letzten Achter. Toll unentschieden. Pfff. Toll, jetzt muss ich nachgucken, wie geht das Spiel an? Ah, schon wieder eine Kackkarte. Ah, fuck. Und dann auch noch gegen einen, der... ...ein fucking heavy heavy ist. Weißt du? So richtig fick dich weg heavy. Mit dem du als TKP überhaupt nichts ausrichten kannst, ey. Irgendwelke nerven? Nee. Die IS sind easy, aber der... ...Achter macht man dann doch schon Kopfzerbrechen. Aber war so klar, dass die wieder einen besseren haben als wir, ne? Ja, wir haben überhaupt keinen Achter heavy. Ja, sag ich ja. Die haben einen besseren als wir. Lächerlich. BAT, 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 TKP. Ahm. Ganz vergessen, wie viel Rums die Kanone macht. Deutschen halt. Ja, schön, dass die so einen Rums macht und so wenig Schaden drückt. Ich weiß nur, dass das Problem ist... ...ääh, ich werde wahrscheinlich gleich hochgehen. Und du willst hochgehen, ja? Gleich doch. Besonders, da wir jetzt drei Laufetten im Gegend hat jemanden, die alle nachgeladen haben. Ich kann nerven, ist in der Mitte. Jetzt zerreißen sie dich gleich, Versuch. No, fuck. Die IS von unten. Ja, die haben... Die zerreißen sie dich gleich. Ich nicht. Ich kann nerven. Da hat er nie aufgepasst. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass das nicht führt. Ne, der wirklich ist kacke. Wir können deine Kuppel sehen. Ja, das ist schön. Was soll ich denn machen, du Vogel? Boah. Ich werde die gerade auseinandergerissen, was? Ja. Oh, nichts gegen Machen. Ne. Wait. Schade. Winkelspiegel getroffen. Ja, ich kann ja eh nichts machen hier unten. Hä. Müsst du oben theoretisch durchpusten, damit das... Im Panther M10 könntest du jetzt oder Beschuss nehmen, wenn du vorne um die Ecke fährst. Ne, kann ich nicht. Ich glaub, da stehen noch zwei Viecher dahinter, ne? Erstmal das und zweitens steht wie hier ist zwei unten rechts. Das war mal so richtig scheiße unlucky. Oh fuck, hat's auch mal für das Damage zu machen. geschossen und verzogen dabei natürlich und wir haben gewonnen da steht noch der AT7 wollte ich gerade sagen mir auch gerade gedacht ganz schnell besser zurück ja die sind hinten durch die knöpfe sich jetzt die lafetten vor hat geschossen der hat eine ziemlich schnelle nachladezeit ok damit das jetzt hier für mich ich habe so eine 700 damit stammt dazu noch tausend aufklären schaden ich habe 400 ich habe 400 gemacht und 16 abgewertet ich habe da ganz schön was weggesteckt ich habe nichts abgewertet ich habe alles gefressen was kam ich konnte halt nirgendwo mehr hin ja ja kam ja auch keiner hinterher so wir waren ja standen ja erst zu zweit und dann zu dritt standen waren der kante ne jup achter 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 hand gottes mal wieder 10.000 gemacht läuft achter weißt du weißt was ich als achter spiele und jetzt kommt eine stadtmap nein jetzt kommt Toskana oder wie der scheiß hieß Toskana Provinz ja weißen die rarotze karte wenigstens kriegst du die nicht mehr auf 10 an oh fuck erlenberg siehst du unsere stufe ja das hilft bei dem noch nicht bei dem macht ja alles schaden ja ich glaube da kommt selbst ein vierer durch durch den panzer äh ein vierer könnte probleme kriegen in die stadt fahr ich mit dem ding definitiv nicht bitte die stadt fahr ich mit dem teil definitiv nicht burg 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 ja ist aber auch auf jedem panzer tarnung oder ja warum nicht für die paar prozent tarnwert die das gibt es kann immer noch den unterschied machen ob du entdeckt wirst oder nicht ich dachte gleich das licht wir müssen alex nachher mal bescheid sagen dass er die mod updaten soll ja willst du updaten ja ich will updaten ich will eine neue map haben ok ok dann machen wir oh fuck die zwei IS3 sind in der stadt das war sehr klar da kann man doch gucken ob wir ihn von hier aus treffen können oder nicht sollten wir eigentlich ja da ich sehe ein rohr das ist die ist die da ist die winzigste Ecke geschossen, wo ich die Kette gesehen habe und es ist dreimal reingegangen. Geiße. Hi, 45 tp. Ich bin noch 30 am Nachladen. Naja, passt schon. Guck mal, ob ich in eine bessere Posi komme. Vielleicht mal um den IS da vorne unter Beschuss zu nehmen. Oh wow, der andere brennt. Echt? Wer? Ja, er brennt. Da vorne fährt eine IS durch die Stadt. Aber kacke. Das ist echt kacke jetzt. Fuck. Ich muss nachladen. 50 Sekunden. Damn. Ja, das ist ja das Problem da dran. Ich stehe nicht unter Beschuss, deswegen ist mir das gerade egal. Da kann ich mal eine rauchen. Beziehungsweise meine Zigarette fertig machen. ARL hat's zerpflückt. Wird ja jetzt da vorne an die Kante fahren und ein bisschen runterschießen. Ich weiß halt nicht, wo die hier stehen, ne? Ah, fuck. Ah, fuck. Was soll denn der Dreck, Mann? Hä? Warum ist von uns keiner in der Mitte? Die ISU kann mir so den den Tag versauen, oder was? Die ISU? Kann die da rüberschießen? Ja. Ach, fuck, Mann. Ich komme hier nicht weg. Hier festsitze. Durch den IS. Und keine Ahnung, was noch hier so hinten. Verlieren das gerade. Wie wir so gesagt haben. Liesu hat noch 19%. Ich bin wieder 43 Sekunden am Nachladen. Ich lade ja fast eine ganze Minute nach. Pixar. Get wrecked, you cunt. Scheiße. Nicht nachgeladen habe, hole ich den Churchill raus. 1,5 Schaden habe ich bisher gemacht. Das geht eigentlich. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. 6, 5, 4. Der wird gerade sowieso zerrissen. Takt weg ist er. IS3 ist noch in der Stadt. Müsste zumindest. Ja, ich seh's. Nee. Ist er nicht mehr. Okay. Darum steht ein IS3. Stellt sich der AT direkt vor meine Nase. Ist das dein Ernst? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ruft nach Hilfe. Lässt aber nicht zu, dass wir ihm helfen. Ja, bei dem IS schon eine gedrückt. Guck mal. A43. Wenn wir den wegkriegen, dann können wir außenrum fahren. Scheiße, wo war er denn jetzt? Da hinten. Er kommt gleich um die Ecke. Da ist er. Ja klar. Der Hit war zu hart. Und Schuss ins 3. Nicht blocken, yes. Please. Jetzt zu mich. Er hat 43. Und Bomben, tot. kv 85 links von dir jetzt ist er vorbeigefahren das problem ist ich bin am nachladen macht aber nichts der fährt nur blöd durch erklärt nur auf ja so viel zu dem aufklären das problem ist war mehr verloren wir müssen angreifen in einer minute 30 kommen wir nicht mehr auf den punkt um einzunehmen müssten jetzt noch alle killen ich habe dann jetzt nur noch 56 schuss zur verfügung weil nachgeladen krieg ich auch nichts mehr das war definitiv scheiße getimt weil der zieht sich jetzt zurück zack treffer versenkt weil das kriegen wir nicht mehr oder vielleicht doch ich eh gleich ne lafette drei leute in 20 sekunden schafft er nicht mehr zwei leute in 17 sekunden das wird nix ja das war's game loss ja die SU lädt dafür nicht schnell genug nach selbst wenn sie sie aufklärt die stehen da ganz oben werden sie nicht so äh hätte sich der AT8 da vorne hast du dich beinahe angesabbert nein habe ich nicht sagt ja beinahe nein habe ich nicht das war was anderes so arschloch das ist ein kleiner herzinfarkt oder was eine herzattacke jetzt habe ich ja heute lebensregeneration der war scheiße ich weiß ich muss mal was trinken alter viva vodka nee coca cola fällt gerade auf wenn du viva vodka sagst wenn ich coca cola dann ist meins ne fucking äh ne fucking mark und deins nicht boi das ist deine schuld warum ist das jetzt wieder meine schuld du kannst mir mal die gläden leutschen du musst ja wieder diesen scheißpanzer auspacken ne 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 Pilsen ist doch sowieso relativ gut für so einen schweren links sind die Häuser und dann ist gut ne ist nicht gut wenn mittlerweile keiner mehr in die Häuser fährt wie ein Idiot hehehehe oh please don't block me thank you dass ich nicht verstehe dass der Panzer so verdammt hoch liegt ey welcher Panzer ja meiner irgendwie unrealistisch aus wie hoch das Ding liegt das stimmt duf 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 fuck duf Was? How the fuck did that not hit? Oh fuck, da vorne steht ne Maus, ich hab Angst. Instant eingestuhlt, Alter. Natürlich, die Maus hittet mich mal mit 607, Alter. So fucking OP, der scheiß Panzer. Der Waffenträger. Ja, die Maus ist eigentlich nicht overpowered. Vom Durchschlag her hat die Maus echt einiges zu wünschen. Ja, es sei denn, sie schießen mit Bitch Money. Ja, okay. Das ist dann wieder ne Andor-Girly-Schnite, ne? Es ist dann wieder ne andere Kanne-Bier. Jaaa, der kann mich in dem überdachten Haus treffen, die Lafetta, oder was? What the fuck ist falsch bei dir, Spiel? Mann! Kann doch nicht sein. Ich hasse diese Map, Mann. Die sind ja nicht komplett überdacht, da sind ja Löcher in den Dächern. Jaaa, aber ne, das Dach da, wo ich gerade stand, ist komplett... Ich trau mich hier gar nichts. Ich hab nämlich schon nur noch 900 HP. Nee, die Pisser noch nicht mal. Von hier aus, wo ich stehe. Was meinst du? Den T10, oder? Aus welcher Richtung kommt denn das Lachettenfeuer? Von vorne. Oh fuck! Ja, war klar. Die Maus, ey. Die Maus. Ich bin tot. Warum schießt der Assi mit APCR? Wer? Die Maus! Was? Das ist ein Zehner. Ja. Wie ist gegen den 9er mit APCR? Siehst du mich an die Rollen? Kein Schiller. Was? Wer schießt mit HE? Wer schießt mit HE? ich weiß wie sie dich treffen molly stehen hinten auf a1 schießen von vornherein deswegen treffen die mich auch nur wenn ich nach vorne fahre und nicht nach hinten wenn du da vorne guckst zwischen diesen zwei arbeitsflächen siehst du die lafetten einschlagstelle die ganze zeit auf dich denn kommst du da kommst du nicht durch oder nein dem fährst du voll in ihr fährst du voll vorne ja ich hab's gemerkt herzlichen dank bald scheiße war die maus da rein die schießt mit bitch money ja als was anderes kannst du ja nicht mehr bezeichnen als bitch money und noch was jetzt ich wüsste mal wieder den gammelpanzer aus aber diesmal mit dem fünfer geschützt und nicht mit dem sechser geschützt so habe ich noch irgendwelche anderen fünfer stimmt ja da war ja der hier noch siebener lobby ja okay what the fuck am freitag was bei amazon bestellt ne mir wurde gesagt hey lieferung ist mittwoch heute sind sie da was hast du bei amazon bestellt boxer was boxer boxer shorts unterflanken ich hab die ganze zeit coxer verstanden was labert denn der jetzt wo gehe ich hier aufklären aufs feld würde ich nicht unbedingt fahren das wird ich wollte gerade sagen das wäre nämlich selbstmord als ob mir das mit dem panzer so wichtig wäre besonders nicht bei einem siebener mittleren aufgeklärt der hat ja keinen sprengradius die lafette der musste ja schon da ist der leopard ist das dein verdammter ernst ein leidenhard stück live oder was ist der panzer panzer 4h du tust mir sowas von leid auf war genau ein hallo leinhard ganz drauf aufgepasst ich hab doch hallo gesucht ach so schande über dich und über schande über die flinte gegnerische arm x schießt sein eigenes team der fährt ihm voll vor die flinte da kam der ui schande über das schande über die flinte war ich echt der letzte jahr im 44 war auch mal am leben mit denen gewixt wurde eben haben wir aber auch kein glück mit dem fans an den fünf waren überhaupt nicht mit den sechtern und sieben und achtern nicht ja mit dem achter die lobby war eigentlich nicht schlecht haben wir sechser gefahren gerade fünfer gefahren sechser haben auch gefahren ja du hast die hummel gefahren ach so ja ich den kv den ich jetzt nicht mehr fahre halt stopp jetzt rede ich habe schon wieder waffen brüder zur auswahl ein bisschen ich habe ein bisschen spaß mit meinem lieblings sechser online hat es auch schon wieder wählt anima hat sich auch über discord entschuldigt habe ich schon gelesen so hast du schon gelesen ja hat den könnte ich auch mal wieder fahren vorher und jetzt finden wir oder vier alle video davon träumst du schade standard troja nicht schade warum ist mein trockner aus oder kurz noch lädt ja eh noch wohin fahren wir oliver in den tod ich fand eine mitte weil dein hübscher kleiner rügel sind zwei lafetten ja ja herzlichen dank auch der hummel und der gwe panther ja super ja super Und ich werde voll von den Lafetten gefokust. Jetzt. 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 Jetzt vergessen. what the fuck ja es ist schon wieder da brauchst du nicht runterfahren da ist der is jetzt wirst du von oben i don't care die hummel hatte mich schon die ganze zeit am visiert mich aber auch deswegen ich hatte schon keine lust mehr als ich ein 300er hit von der peter gekriegt habe als sechser ein matchmaking ist immer noch total behindert in dem stil kannst doch keinen fucking sechs einer achterlobby schicken kannst doch kein nach deiner sechserlobby schicken geht einfach nicht ne sollte es eigentlich nicht matchmaking vom blitz wird hier schon wahre wunder wirken ein höher ein tiefer only oder wie ja im grunde genommen da müssten sie aber auch wieder die ganzen panzer anpassen nö müssten sie nicht müsste kein panzer angepasst werden toyer nicht einer eigentlich müssten sie denn den durchschlag ein bisschen runterschrauben nö mir fallen einzelne panzer ein die auch auf gleichen lobbies op als fuck sind ja die müssten sie nerven das wärs gewesen ja die fender hust hust oder was ja die fender müssten sowieso tot nerven aber einige gut geld bezahlten das würden sie nicht machen aber ich würde das kacken dreist machen ja ihr habt geld bezahlt ihr vollpfosten ach ihr wollt nicht mehr spielen ja sonst auch egal ihr seid sowieso kackt uns mit dem defender durch die gegend blöden was wäre meine reaktion darauf ach dir gewinnt keine spiele mehr mit dem defender seid ihr so schlecht ja gut dann gucke ich mal dass ich wahrscheinlich ein bisschen auf die mitte aufpasse aber wäre nicht schlecht ich nehme jetzt auch nach rechts gefahren weil ich stelle mich jetzt ganz hinten hin passt auf dass keiner dich in die mitte rödelt und uns die lafetten weggrillt dann ist gut der ist abgeprallt ich gegen den 8er 50 dp und der fucking oho steht hinten ich drehe um und halte weg die können nicht mal weil da ich den ihren 70 äh 71 cm cd noch nicht gesehen habe was ich jetzt auf die mitte auf ich glaube das war die autolader variante die fährt gern mal durch und versucht sich die lafetten zu sneaken und dann kriege ich mich so hingestellt dass ich auf den 50 schießen kann oh ja genau schrei doch nicht so alter die können einfach auf mich drauf schießen ey die die noch nicht mehr und die ballern mir die birne weg ey kaste diese maps ich hasse auch tieferes matchmaking wenn ich fertig bin da sind die teams ja auch nie fair ja sind sie auch nie ja ich weiß wo der kinerische leichte panzer hockt ich bin so useless als schwerer in der mittleren im mittleren tier das geht gar nicht die meinen im load hier als schwerer im load hier das geht einfach nicht ich fühle mich total useless nicht zu größten teils wahrscheinlich daran dass man useless ist du bist dann extrem useless ja kann ja auch nichts machen ich bin ja auch reines meiner futter also natürlich wenn ich den neuner dann mal abwehre jetzt sind wir auf einmal durch ja dafür sind sie in der mitte durchgebrochen ok ok aber er hat der t29 da auf der mitte so schön arbeiten können auf der lane weißt du mhm mit seinem turm er lässt sich ja lieber zerficken pass auf die sch... ich geh noch da hinten irgendwo ich lass mich jetzt auch zerflippen ja oho was machst du gegen einen e25 gießen gar nichts nöt sein und in den neuner jagdpanzer reinfahren und ihm die seite zeigen oh wow wz und mit ap schießen oh god und mit ap schießen aber ich röffel hier jetzt so durch ich hab keinen bock mehr frag mich nur gerade wo der... wo die zweite lafette ist also ich hab mich noch nicht gesehen ja wz kannst du nur hoffen dass der e25 noch bei dir in der nähe ist ansonsten oder unser objekt 430 ist mal richtig hart scheiße hello from germany he hello da ist lafette nicht wow der hier filmt sonst jetzt echt noch tot ruffeln lassen oder was ähm er hat sich hinter den Dings versteckt hat versucht rumzufahren um den Werk dann zu schießen und wird abgeknallt wow ja jetzt leben nur noch die lafette und ein e25 glaub ja nicht dass ich die finden gefunden habe jetzt ich bin hier komplett durchgerufen ich kann es dreimal raten wo die gegnerische französische lafette steht ich geh cap'n weil die steht wahrscheinlich hier hinten irgendwo oliver will ich dem franzosen garantiert zutrauen ich hab sogar noch mehr habt ihr als gedacht übrig die steht da hinten ja die hat die ganze zeit hinterm stein gestanden ich kann es auch nicht aufklären wenn du nur unten vorbeifährst aber gleich hat es der Fosch hinter sich Och nicht Fosch Och 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 Po Po haha Ban Der hat doch geklappt Trotzdem ist scheiß Match Ich hab einen F adverse 9er Jagdpanzer abgewehrt mit einem 7er ね wakes er wird sich auch den arsch gebissen haben haben wir den auf den achtern erfahrung hatte was was zum fick alle quali 15 erfahrung habe ich gekriegt hast du irgendeine mission abgeschlossen oder so nein wir würdigen euch würdigen euch irgendeine deutsche mission keine ahnung das war irgendeine mission spitze des baums andere missionen ganz unten ja wir würdigen euch mir gefällt es weil dann habe ich jetzt nämlich 44.000 mit dem hier bräuchte nur noch mal nur noch mal 44.000 ungefähr dann kann ich mir den vk 4502a holen das war der gammelpanzer naja guck mal den haben wir da auch schon lange nicht mehr ausgefahren warte der hat noch zwesert ab dieses mal wieder umwechseln auf kleines wie per kit mal ins lager gucken bei mir den automatischen feierlöscher das ist drin davon habe ich mehr als genug ja davon da die gibt es mal wieder natürlich im sale weißt du was scheiße jetzt die sachen momentan dieses mal selber naja immerhin bin ich wieder auf 600.000 münzen drauf immerhin äh wie geht es dem aquadius so aquadius aquadius hat sich gerade wie aquadius aufgehört weil ich gegant habe ich habe versucht einen gähner zu unterdrücken gleichzeitig die map hat jetzt auch noch einen neuen campingspot gekriegt ne hier oben die map wurde hart verändert wie hart du kannst jetzt von hier unten relativ gut unten rein schießen äh von f1 unten in den canyon da sie das ein bisschen abgeflecht haben äh abgeflacht haben abgeflecht da halt auch das gegner team ne gute position relativ gute posi hat um da unten rein zu schießen das hat dieses team dann halt jetzt auch deutscher stahl deutscher langsamer stahl ne auf der map ist das eher ein fluch als ein segen ich bin nicht ganz ehrlich fahr den mauerbrecher am liebsten in der stadt ja der gehörte auch hin da kommen drei heavy tanks der defender du bist nicht almighty definitiv nicht herr äh ja war klar was denn? direkt wieder einen hit gefressen von einem panther der panther ist ja nicht so schlimm, der macht ja nicht so viel damage den hit ja, und ich sammle meinen wieder in den sand, oder was? ach, warum nicht? wir haben auch zwei jagdpanzer, der jagdtiger steht da hinten panzer und nicht durchschlagen, willst du mich verarschen, man? der war doch grün der hätte mir direkt auf die Dings geschossen, willst du mich eigentlich verarschen? der muss gebufft werden, der primo victoria, bin ich immer noch der meinung ne doch, die zielgenauigkeit muss gebufft werden willst du mich eigentlich verarschen? da ich rüste ich golden und nie aussehen, dass es so weiter geht boah, hast du so probleme gerade? der trifft nix das ist ein dreckspanzer das ist ein dreckspanzer what the fuck kannst du treffen? nein, kann er nicht alter, du ich den durchgeschossen die müssen mich eigentlich verarschen, man oh mein gott weil das nicht ein tag war? nein, der panzer ist noch auf dem kacke boah, ich hab nen anruf dein blöddruck klopft an 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 Und nun kommt Danny raus. Ich habe gerade den Anruf vom ASB gekriegt. Und? Ich bin wieder rausgenommen worden. Warum? Achso. Ja, weil du es jetzt wolltest. Was passiert ist. Dream must speak English. We can. But this is... I already told them. Actually. I don't know how you found us. To be honest. Über World of Tanks. Wenn du auf YouTube Gaming nach World of Tanks guckst. Ist egal welche Sprache eingestellt ist. Du siehst den... Du siehst die Streams. Du siehst die Streams. Ich habe 13. Du siehst die Streams. noch 2,68k Gold gemacht. Über 9. Ich habe nämlich keinen Vertrag abgeschlossen damit. Die müssen den Auftrag nämlich erst noch bestätigen. Du siehst die Streams. Ja. So. So. If you want to learn German. This is the right spot. If you don't... I don't know what to tell you. Hey. Oh. Hier haben wir heute noch 9er fallen oder? Ja eben. Hmm. Okay. Jetzt hängt mir der Kerle mit die Mod aus T-Stuff zum Hals raus. Was? Da sind zu viele schlechte Lieder drin. Warum? Zum Beispiel die Theme vom Ravager mag ich gar nicht. Doch. Ich finde die nicht schlecht. Ne. Ich mag die nicht. Perfekt. Me on. Why game? Why do you do this? Why do you hate this so much? Und eine Lafette nur. Eine 10er Lafette. God damn it. Ich brauche so langsamer das Größe äh. Hi. Sorry. We can't speak Russian. Hello. And we are not Russian. Why do you drive? Nö. Aber hier ist der schnellste Weg nach unten. Jetzt wird doch nur grad ausfahren müssen. Hm? Jetzt wird doch nur grad ausfahren müssen. Wir können trotzdem noch russisch sprechen. Wenn du Englisch kannst, dann können wir dich verstehen. Wenn du Englisch kannst? Wenn du Englisch kannst, dann können wir dich verstehen. Wir verstehen dich. Aber sonst werden wir nicht. Wenn du Englisch kannst... Wenn du Englisch kannst... Warum? Ich habe einen Chena mit dem wir uns nicht anlegen sollten. Komm weg. Ich komme da durch. Problem ist, er kommt überall. Wenn du so stehst, kann ich dir nicht helfen, Oliver. Er hat mir die Kette abgeschossen. Er hat mir auch die Kette abgeschossen. Jagtiger, mach was. Mach mir die Ketten kaputt. Er fährt nach vorne, ich fahr auch nach vorne. Und, Überraschung. Kette kaputt. Mit weiß das nicht. Der Skennon ist Bullshit. Boah, Panzer, nicht geschlagen. Okay. Ach, das war der andere auf den ich gezielt hatte. Nicht der vorne. Jetzt aber, jetzt dann mal. dann schiefe ich jetzt wieder die kette kaputt ja dann nicht mal volltreffer da steht seit oder brennt er hat gebrannt haben ihren chat erfasst ich suche gerade eine richtige posi und das macht er bei mir die ganze zeit jetzt auch kommt ich halte euch schon fest an jetzt schießt doch ja ich habe eine scheiß feuer meine fresse wie oft soll ich denn den loch festhalten ich dreh um sind hinten durch komplett ein problem ist und dann ich weiß es war ich meine hat ich bin 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 ja jetzt heißt es die fänden oder was die positive noch haben und der progetto von links fuck what so ich stehe zu weit von der wand weg sagt mir das doch einer das war's würde ich mal behaupten grubblots alle durchgelassen ja bringt mir nichts mehr ich bin zwar auf den hügel gefahren aber haben sich dann dort abwickeln lassen ich hab's gemerkt und wieder fünfer ja ich hab 5000 gemacht ich war erster grubblots wenn ich erster bin war die echt scheiße ja wieder runter auf fünfer hmmm you're five luck ollie ich habe keine euro-klient-spiele welche statistiken what statistics do you mean ollie yes was ist my game froze ha 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 zeigen sie uh you're supposed to show your statistics throw yeah but my game fucking died this is amazing this is amazing it's dead somebody give me a shotgun that i can finish it off and wow äh mein internet verbindung ist schon wieder weg das fängt schon wieder an warte 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 bin rausgeflogen steam ist wieder offline der stream ist noch online ok ja aber der steam ist schon wieder offline ich habe eigentlich schon wieder kein internet HERO warte we have to switch streamers fucking bullshit my statistics is pretty bad but we can show you mine because my internet just died not really your router is a piece of shit yes it is we need to get a better one are you ready kinder anster auf annehmen gehen moment muss erst warten dass alles geladen ist damn it now I am live streamlapse is out pass off so get ready for a laggy stream because I can't fucking do anything as soon as I'm in the game the extreme just farts itself to sleep and I'm online so you can wait let me show you some this is my statistic it's pretty fucking rubbish 4000 battles 51 percent 51 percent wins 390 damage per wir brauchen ich brauch definitiv neuen router aber ich liebe auch die meisten Tanks, die im Spiel existieren ja, ich weiß, ich weiß kannst du den Stream wieder arbeiten? Alter, aber das hält dann wieder nicht lange, ne? Wir haben ja noch eine halbe Stunde Bullshit Sag mal bitte, wenn du so weit bist 3, 2, 1 Ja Und um es zu Ende, ich kann dir meine Statistiken zeigen Yay Whatever These are my statistics I played a little bit longer My account Wait, my account is not a twink That's my actual account This is not a twink This is now my account What you just saw was Oliver's account That was not a twink This is my actual account I don't play for long 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 Usually just two hours Every two days Yes Or even this Or even this So that what you Are now seeing is Troja's Account again And from Troja's perspective I hate my router I hate my router I forgot to close my YouTube videos By streaming What? So the Terraria Calamity mod soundtrack was playing I just realized that Oh my god Oh my god Ich hasse diese Map Okay, ich mag die meisten Maps nicht Hm 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 Hügel Es gibt nur ganz wenige Karten So, stimmt Du bist ja an einem Stück Ja, ich kann auch auf dem Hügel gucken sonst ist es nicht Attack Ist ja immerhin ein Stück. Kannst du mich fit? Ja. Kannst du an meine Pussy fahren lassen, wenn du willst, kannst, oder so. Oh. Wow. Ja, ich bin nicht zu langsam. I'm too slow. Come on. I'm not. Wahrscheinlich gar keine auf den Hügel gefahren, Troja. Wir verstanden, dass wir schlichte Statistiken haben. Ja, wir sind nicht der Beste. Aber fuck you, Leute. Der Cowboyz hat einen Kommen gefressen. Er hat sich dann gewundert. Kann mir mal einer bei dem Excelsior helfen, der macht Aua. Can't. Nahkampfstuck, Schiss. We didn't assault anyone. He's just ignoring me. Don't! Aww, they stole it. I'm sad. That's amazing. Oh Gott. Fuck! Da bin ich runtergesegelt wie ein Idiot. T34 kam mit jedem Schuss natürlich voll durch. Ja. He's got pretty good penetration. Ich bin da grad runtergefallen. Pfff. 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 Jaaaay. I'll do that for the toilet. I'll do that too. I'll do that too. That's why I'm playing. Pfff. 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 Pff. Pfff. 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 die ganzen texturen laden gerade nicht dann habe ich ja sogar schon einen unruf den ich diese woche machen muss erledigt ich werde später noch mal bei meinen typen anrufen und fragen ob ich da auch einen anderen router mit benutzen kann dann hole ich mir dann hole ich mir eine fritzbox oder so vielleicht fliegt das ja sogar an dein was haben sie jetzt in we don't understand we don't know what you're talking about google translate is kind of bad kind of awful when you translate from russian into german so please try to speak in english that's better that works much much better um pump 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 um imbalance tank which one mine or his oh i know that i know i don't know yeah i fucked it up i'm capping troja can you help i'm doing it not really what should i do when you get shot from der kann durch die wand schießen i need support oh fuck i hate this oh i hate this fucking game so much why do you do this to me der war vorher noch nicht offen nein er ist erst aufgegangen ist er nicht angeschossen hat die dumme sau ja ich kappe das jetzt am besten drehst du um und guckst nach hinten troja oh three people are already capping um so go back it vermittelt das he likes that he that we can understand him holy fuck i'm getting shot at from everywhere 40 sekunden schaffen wir nicht fuck vor allem weil die decken jeweils durchkommen nice jetzt noch eine minute meine fresse du stehst schon da hinten und hast ihn nicht gesehen oder was doch ich hab nur nicht getroffen da kommt ein kv2 und IS ich hab Angst germans do what germans do best ambushing russian tanks hardy hard also dying and losing wow fuck you penetrator fix dich linepunkt oh fuck off t 34 85 auf mich das problem hinter mir kommt gleich hin hinter mir steht der kv2 jetzt guckte die ganze zeit auf und wir haben verloren ja der uni kommt ich bin so am arsch ich bin sowas von am arsch fucking news überall nur Oh, Nappel! NOOOOO! Come on, come on, come on, come on DIE! YES! Warum auf Youtube und nicht auf Twitch? Niemand sieht das! Nobody, literally no one finds you on Twitch! No one! And this game is lost! Of course it's lost! Should we do the last game for today? Already? Yeah, I kinda don't want to play anymore Where do I have mine? Last game! For now! No! At night we'll be fucked again! Nein, es ist nicht. Wir machen jetzt nichts. Wir wollen es nicht. Wir machen es nur mit Spaß? Wir können auch selbst masturbieren. Warum? Warum hast du das für mich? Wollen wir um? Ja. Wir werden um. Ja, wir haben das auch versucht, aber es funktioniert nicht. Niemand sieht einen neuen Streamer auf Twitch. Niemand. Danke. Ich habe im wirklichsten Sinne vergessen, dass das ein Doppelgeschütz ist. Der erste Schuss ging auf das Ziel und der zweite Schuss in deinen Hintern. Kette kaputt geschossen habe ich ihm. Erzähl! Don't! Jetzt! Ich kriege dich! Nein, du bist nicht. Ja, ich werde. Er lässt dich in seinen Alliaten. Das habe ich dir gesagt. Ich habe noch gekriegt. Der PZ B2. Ich habe einen Vierer geklatscht. Hallo. Ich bin glücklich. Ich habe nur mein Ferd. Das Tank ist OP. Ich bin glücklich. Oh, jemand hat meinen Kill. Was ein Cunt. 1 K. Ja, wir spielen im Zug. Ich bin glücklich. Schön. Und das war es für heute. Wir spielen Wird of Tanks. Wir bedanken dir, dass du dich anst. Und wir sehen uns in der Nacht. 07. 07. Ist es 07? Ja, es ist. 07. 07. Ja, das stimmt. 07. 07. Tschüss. Tschüss. Ja, Europa. Tschüss. 08. 08.